Willkommen zurück bei Devil May Cry 3. Wir haben einen anstrengenden letzten Part hinter uns. Wir haben Theorulf für sie. Viel Glück heute raus. Danke für den großen... Hä? Wie willst du denn hier lang? Wieso leuchtet da was und wieso kann ich hier lang? Sekunde, ich muss erst hier lang gehen. Flashbacks zu Devil May Cry 1. Da ist was. Was ist denn da? Pferdchen? Pferdchen? Pferdchen. Und eine Katze hinter mir. Sekunde. Die ist zu weit hinter mir. Na gut. Ich bin jetzt gerade irritiert. Wieso? Ich weiß nicht wo ich hin muss. Ich geh jetzt hier lang. Ich glaube das war keine gute Idee. Die Katze hinter mir. Okay... Soweit so ein Spektakulier. Hältst du auch irgendwann an? Ah, ich kann draufstehen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da draufstehen will. Wahrscheinlich nicht. Ah, er hat angehalten. Sehr cool, ne? Okay, und machen wir weiter. Gelegenheiten, wenn man den ganz länger muss. Ja, 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 das war krass. Wenn man den ganzen länger nur so gut gebrauchen könnte. Ui, je, je. Soweit so ein Spektakulier. Das dauert eine Weile, wenn wir das weitermachen. Oh, jetzt kommt man auch von dort. Oh, das ist schön, bleib stehen. Au. Gut, gegenheilen. Okay, ich hoffe, ich bin dran. Oops. Okay. Okay. Pferdchen schießt Rakete. Ja, wer kämpft das nicht? Okay, ich glaub ich möchte... Ich glaub ich möchte auf deinen Wagen... Du wirst dich ja bekommen selbst beschießen, oder? Hörst du auf damit? Böses Pferdchen! Wow! Holy! Na, nicht direkt unter dem Pferd stehen. Okay, ich bin jetzt rum. Okay, das war's schon rum. Jetzt machen wir das Schwimmen. Ja, wir machen das Schwimmen. Das mag das Pferd, das wird das Schwimmen. Waaah! Okay, war das Pferdchen. Oh, das hab ich gut getroffen scheinbar. Was? Fuck! Yes! Ui! Dieses Pferdchen. Ich weiß, was es macht. Außer Raketen abzuschießen, versteht sich? Das ist ziemlich anweilig, aber es funktioniert überraschend gut. Nein, wasser… Waaah! 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 Ja, ja, ja! Waaahha, ja, 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 ja! Au. Oh, wieso? Was war das denn? Pferdchen ist weg. Oh, da war Pferdchen. Wow, das ist nicht gut. Okay, das war... Hier sammeln sich Dinge. Na, böses Pferdchen. Au. Nein, fickt mich durch. Verdammt. Ja, genau. What the... Übertreiben, was nicht ein bisschen Pferd? Passt dich runter, dann kannst du es runter. Und... Wow. Himmel, Herr, ist hier viel los. Au. Gut, dass der Wagen auch Schaden nimmt. Dummerweise... Ich... Auch, wenn er mich dreht. Oh. Hier macht mal einer die Zeitprobleme da weg. Wow. Okay. Der Doppelsprung ging grad nicht. Wow. Okay, vielleicht hätte ich auch... ...dem Wagen bleiben können sollen dürfen. Und runterlassen. Oh. Ist gar nicht so schwer. Wow. Was... äh... Warum ging's durch? Pferdchen macht schon ganz schön Theater! Augenschef freigeschaltet. Was? Irgendwas mit weiter. Armes Pferdchen. Ich bin mal ein... ...much. Let's... Oh. Sechs. Ich bin mal ein... Oh. Quicksilver. Spezielle Kraft, mit der Geryon die Zeit kontrolliert. Bei diesem Stil haben sie im Kampf mehr Möglichkeiten, diverse Taktiken und Kombos auszuprobieren. Gut gehen schnelle Gegner, glaube ich. Oh, geht auch, geht. Dinge, andere Dinge, neue Dinge. Alte Dinge, gar keine Dinge. Kann ich da her? Ne, Quatsch, ich kann mir von oben. Da ist eine Tür. Und da ist ein Gitter. Okay. Ich habe dich gefunden, Seed of Sparda. Ich habe dich gesagt, ich erinnere dich. Okay. Okay. Ich glaube, das zählt als Weichenschirm. Ja, das war gar nicht mal so gut. Ich glaube, wir haben einen Kampf gegen Jester verpasst, als ich so inschlüssig war, ob ich in dieses Leuchten gehen soll oder nicht. Das sah vom Bildschirm her irgendwie schlechter aus, aber es ist mein allerliebstes B. Ja, dann bestimmt so. Gut, weiter geht's beim nächsten Mal erst. Bis dahin, bye-bye.